Musik Bis zum 27. Mai finden die türkische Küche Wochen statt. Dazu wurde in die türkische Residenz des Botschafters Ahmet Cenn geladen. Bevor wir die Vielfältigkeit der türkischen Küche genossen, erfuhre ich Neres über diese wunderschöne Residenz des Botschafters. Musik Die Residenz ist Baujahr 1912. Nachdem Berlin zur Hauptstadt genannt wurde, sind wir aus Bonn umgezogen. Und dieses Haus war eigentlich in dieser Zeit Ruine. Und wir haben dieses Haus, das der türkische Staat hat erworben. Und dann haben wir circa zwei Jahre mit dem Innovierungsarbeiten, das war circa vor 20 Jahren, daran gearbeitet. Und dann haben wir originalgetreu, wie es so vor 100 Jahren auch ausgesehen hat, das Haus wieder so gebaut. Es steht unter Denkmalschutz. Ja, wir sind auch stolz, dass wir so ein schönes Berliner Haus besitzen hier. Wunderschön. Und jetzt dieser wunderbare Empfang, was hat es damit auf? Wir haben jedes Jahr jetzt die Woche der türkischen Küche. Wir möchten sehr gerne durch unsere Auslandsvertretungen mehr Informationen über unsere Küche verbreiten, weil wir nicht glauben, dass die Küche der Türkei, des türkischen Volkes oder unserer Geschichte, unserer Geografie so bekannt ist. Wir versuchen, dass die Küche mehr bekannt wird, weil die Küche wirklich eine sehr vielfältige, traditionelle, gesunde Küche ist, die auch durch die Rezepte, die wirklich sehr wenig Abfallprodukte hervorbringen, wodurch es umweltfreundlich und nachhaltig wird und natürlich auch dem Wert des Essens entspricht. Das Essen ist sehr wichtig weltweit. Wir wissen das, wie viel Hunger und wie viele Probleme da sind. Dazu entsprechend eben diese Küche und wir möchten gerne diese Küche dann bekannter machen. Und unsere Journalistenfreunde haben wir heute eingeladen, wo wir dann mit denen über die türkische Küche sprechen können. Also ich habe auch schon probieren dürfen. Es ist exzellent, aber es wird auch noch musikalisch begleitet hier. Ja, wir haben ein paar junge türkische Künstler, die hier an der Hochschule studieren. Die haben schon mal ein Studium hinter sich in der Türkei und machen sie es hier weiter. Wir freuen uns, dass sie unsere Einladung auch angenommen haben. Ich würde gerne zur türkischen Küche noch ein paar Sachen sagen. Dieses Jahr haben wir das Thema Hatay. Hatay ist ja eine Provinz im Süden der Türkei, angrenzend Syrien und Mittelmeer und sehr vielfältig wirklich mit der Geschichte, auch mit den Menschen, die dort leben, aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen ethnischen Gruppierungen und Herkünften und auch natürlich religiösen, religiöses Glauben. Und entsprechend vielfältig ist die Kultur auch und natürlich die Küche von Hatay. Und wir haben dieses Jahr an unseren Auslandsvertretungen die Küche von Hatay, den Menschen, die woanders leben und in einer anderen Kultur aufgewachsen sind. Wir wollten denen dann diese Hatay-Küche näher bringen und wir freuen uns. Wir werden noch mehrere andere Veranstaltungen noch haben in den kommenden Wochen. Wir haben die Woche der türkischen Küche gesagt, aber wir machen daraus einen Monat, weil eine Woche nicht ausreicht eigentlich, die Küche so bekannt zu machen, wie wir das wollen. Weitere Infos zur türkischen Küche mit den zeitlosen Rezepten gibt es unter www.türkischcuisineweek.com www.türkischcuisineweek.com